Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum Best of 2016 meiner ganzen Let's Plays. Und ja, erstmal wünsche ich euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Und ja, feiert schön weiter, wenn ihr wollt oder was weiß ich. Oder betrinkt euch nebenbei, während ihr mein Video anschaut, denn es ist so einiges passiert. Und wenn ich einiges meine, dann meine ich das auch wirklich einiges. Denn es ist einiges auf, ja, OMSI 2 passiert. Ich habe jede Menge Material für euch, aber das Verrückte ist, es ist nicht alles dabei, was passiert ist bei OMSI 2, weil es einfach zu viel wurde und es ist Wahnsinn, wie viel es geworden ist. Was auch nicht dabei ist, ist die 100. OMSI 2 Folge, ja, die geht ja zwölf Stunden und da ist ja auch einiges passiert. Da ist leider kein Best of dabei, weil das einfach viel zu viel ist. Also es ist Wahnsinn. Ja, es ist unglaublich. Also damit habe ich selber nicht gerechnet. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel, viel Spaß beim Best of OMSI 2. Alles in einer Tour. Ohne Unterbrechung. Ihr seht jetzt OMSI 2, danach kommt Best of Train Simulator und danach ein paar Outtags, die sich ein bisschen gesammelt haben. Aber sind nicht viele. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Best of OMSI 2, der Katastrophensimulator. Bis gleich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Best of OMSI 2, der Katastrophensimulator. Was bist du für ein Arschboller, ja? Du bremst auf einmal ab, ohne ein Zeichen. Mach nur Warnblinker an, ja? Du kommst denn her, aus Hamburg, Hansestadt Hamburg. Hamburg ist eine schöne Stadt, aber ich glaube, du bist doch falsch geboren, ne? Hamburg, ja, Alter. Du hast schon aus wie ein Hamburg, ja, ey. Mit einer Bratpulette rum. Was ist denn hier los? Sauer. Wie fährst du, du Vollochse, hä? Mein Gott, nochmal. Sind sie mir alle durchgedreht? Wenn die Fahrgäste, wenn die Fahrgäste denken, der Buschbett würde jetzt aussteigen, ich habe mich rausgefahren. Aber gar nicht. Du Plattenrohrleger, mein Freund, ja? Was habe ich dir getan, hä? Du kannst doch nicht einfach auf links wechseln, wenn ich da überhole. Man überholt von links, ja? Nicht von rechts, man überholt von links. Da muss man automatisch gucken, ob links die Spur frei ist und nicht einfach rüberfahren. Du, 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 du Matuschek-Trottel da, ey, lau. Hellau, sag ich euch, hellau, ey. Sorry, Leute. Das ist mir einfach zu viel. Gott. Ich hoffe, dass der Schienensatz... Schienenerwärtsverkehr 3 wenigstens von besseren und klügeren Idioten umgeben ist. Nicht so wie hier. Hab ich einen Hasch. Es ist doch kein Wunder, dass Harald Frenkie genommen sie zwei mehr Let's Play. Es ist doch kein Wunder. Hat der da Hasenzähne? Alter, du tust mir aber leid, ey. Guckt euch das mal an. Alter. Mein Gott, der Opa geht hier noch. Wie sie hier alles so stehen, das ist... Oder Merkur, oh. Kein normaler Mensch würde so stehen, normal. Als so bei der Bundeswehr bist, ne. Still hier standen ja auf dem Motto, ne. Fällt hier noch eine Armee, Bundeswehr, Kostüm. Und ja, ich probiere immer schon den Bus, ne. Immerhin kostet die Reparatur 16 Minuten und die Anfahrzeit 10 Minuten. Also von daher geht das Ganze gesimpel noch, aber... Gott. Ja. Das war Lamentar. Mit... Ja. Äh, das ist übrigens hier, äh... Ich glaube, der Entwickler? Games... Gaming with Passion. Äh... Oh, Alter. War ein Sonnenstudio hier? Ja. 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 Die müssen... Bis sie entdeckt, den Günther Mann... Oh. Ja. 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 Äh... Jetzt seht ihr mal auch mal die... Leutchen. Es sollen glaube ich noch mehr kommen. Ich weiß es nicht. Werde ich auf jeden Fall weiterhin einfügen. Es ist nicht schlecht, dass du auch mal andere Leute sind. Es sind nicht immer die gleichen. Ne. Jetzt denkst du, du bist hier in... Wo es so nur lauter Zwillinge drin sind. Na der sieht schon einigermaßen müde aus. Boah. Alter. Ich hab der Hexe gefunden. Boah. Boah. Die würde ich nicht abends in der Gasse sehen. Oh. Gott. Also um sie zwei macht mir langsam echt Angst, was hier vor Leute rumlaufen. Ohne Scheiß. Das... Ich meine Mannfried war ja schon so ein... So ein Fall, ne. Aber jetzt doch so Leute dazu. Es ist ja meine freie Meinung. Ne. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mit denen was tun. Und wir haben ja in Deutschland eine sogenannte Meinungsfreiheit. Und äh... Wenn ich das so denke, dann denke ich das halt so. Und äh... Ich denke aber ich bin nicht der Einzige, der das so was denkt. Ja... Sag mal... Äh... Ihr müsst schon aussteigen, ne. Blöden Gesichter hier. Es ist Endhaltestelle. Raus. Ja, guck nicht so traurig. Abmarsch. Mein Bus. Tür zu. Bevor noch welche runterkommt. Ja. Ich frag mich nicht warum. Die erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne. Was hab ich denn gerahmt? Was hab ich denn gerahmt? Ey, du bist doch... Du bist doch so ein Arschloch, Alter. Du bist so ein Arschloch. Was knallst du mit den rein, hä? Was soll die Scheiße? So ein Idiot. Ich knallt hier in meinen Bus rein. Dankeschön. Ja, bitte. Hallo. Eine Kurzstrecke. Es sieht doch, dass ich da stehe. Ich stehe doch nicht auf Spaß. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein, ja. Danke. Eine Kurzstrecke, bitte. Ah ja. Danke. Muss ich nicht verstehen. Das macht aber die Karte nicht schlecht. Also, mir gefällt die Karte sehr an Gestaltung hier. Jetzt geht die hintere Tür weiter nicht zu. Die ist zu. Die ist offen. Leute. Was ist das ein Scheiß? Das ist ja kompliziert. Was ist das ein Scheiß? Oh Gott. Alter. 22. Ey, wir müssen hier rum. So eine tolle Linie müssen wir mit so einem blöden Bus fahren. Ist ja nicht blöd. Aber... Ist das dein Ernst? Wir müssen hier rum? Ja, Klickschutz. Du kannst mich mal. Hier rum. Hier rum. Die Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ja, unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Es ist nichts passiert. Hört auf zum Mecker. Vielleicht hätte ich doch einen Solo-Bus nehmen sollen. Hier fährt anscheinend nur ein Solo-Bus. Dann kann das sein. Aber ich finde das hier cool gemacht, dass man hier so lang fahren muss. Ist ja richtig geil. Hätten vielleicht so daneben sein, aber... Jetzt können wir es ja nicht beendern, ne? Hamburger Ampeln. Grenzeweg nie. Am See sind wir. Am See. Bitte wenden. Was? Aber... Ah, okay, hier. Deswegen meine ich ja, es gibt öfters solche Stellen... Oh! Wow! Mann, wo haben sie denn ihren Fahrstuhl? Türerschein gemacht, junger Mann! Mann, Mann, Mann! Das, was du reinbring dich heute Nacht... Ey, Alter, du bist doch bescheuert, Alter! Leute Wie geht denn das? Ach, Michael Es tut mir so leid Warum nehme ich doch einen scheiß Gelenkbus Tut mir leid, Michael Falls du Schauen solltest, aber Ich kriege ja eine Macke mit dem Bus Ich bin überhaupt weggestoßen Bitte keine Fragen Es ist immer bei GANZ-35 Oh, wie ist das? Boah. Was ist das hier? Ach, fahr doch rückwärts. Sag mal, warum stehst du am Bahnübergang, du Idiot? Wie soll ich denn hier rum? Oh, nee, oder? Bitte keine Nachfragen. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt die Fahrt viel gar nicht. Wir haben einen Fail. Fail. Ganz einfach. Anders kann man sich mal beschreiben. Das ist so. Vorher war ich über Schule? Nein. Was soll denn das hier schon? Weil ich habe Vorfahrt. Nicht ihr, ihr Vollidioten. Ihr Stopp-Schild, ihr müsst vorher anhalten. Nein, Müssen und ich. Wir fahren einfach. Stopp ist das neue Go. Unter welchen Umständen ich hier let's playen muss, ist mal wieder unfassbar. Hammermann, haben Sie keine Uhr? Nee, ich habe eine Digitalanzeige, die sagt mir, ich bin Pünktig, weißt du? Mein Gott. Ich werde noch wahnsinnig, ich werde noch wahnsinnig hier. Mit Totalschaden. Ich fahr hier immer rein, weil das besser ist, weil hier ist unruhig. Wie kommt es besser? Was ist denn jetzt? Halt uns doch mal an, lassen Sie mich raus. Das geht ja mal gar nicht. Zum Stillen. Habe ich jetzt vielleicht die Baustelle mitgenommen? Ja. Schon cool, dass das Baustellen-Schild das so verbogen schief steht und der Bus komplett im Arsch ist. Finde den Fehler. Hallo. Hehehe. 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 Wie soll ich mich reinfahren, ihr Fall-Ibioten? Guckt euch die armseligen Arschgeigen an. Guckt euch die alle an. Kabum! Kabum! Herrlich. Wird noch ein Taxi, jawohl! Ja komm, krach rein! Ja! Ja! Oh! Ist das herrlich. Oh! 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 Seht mal, wie er sich dreht. Oh, süß, ne? Ist das nicht putzig? Oh. Guckt euch den an. Der Vollidiot Nummer 1. Der hat so eine Angst. Oh. Oh, guckt euch mal die hier an. Oh, wie putzig. Oh. Wie niedlich. Ja. Das hat er geknallt gerade. Ne? Sieht das nicht schön aus? Oh, es ist herrlich. Ein Naturtalent wie mich. Mua. Nicht zwischenspeichern, Mann. Wie kann ich einen Screenshot machen? Ich habe das schon mal nachgeguckt. Kann das sein? Screenshot erstellen und speichern. Steuerung, Umschalt, P. Ist das putzig. Oh. Wie niedlich. Oh. Ich rappere ihn mal. Ja. Kommt. Kommt. Das ist ja gar nichts. Ne? Es sind ja nur 114 Minuten. Die Sonne geht auch schon unter, obwohl wir am Mittag gestartet sind. Oh. Ist das putzig. Oh. Oh. Ist das putzig. Oh. Wie schön. Hm. Ach komm. Wir brauchen noch einen für Facebook. Bitte lächeln. Oh. Oh ja. Jetzt noch einer. Komm. Ah. Leider könnt ihr durchfahren. Das ist schade. Das ist sehr schade. Traurig. Aber schade. Ja. Ne? 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 Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ähm. Hiermit. Muss ich verkünden, dass ich das. Let's Play. Leider abbrechen muss. Äh. Wir werden die Rücktur dieser Linie. Das nächste Mal fahren. Und diesmal. Besser. Versprochen. Ja. Ich bitte um vielmals um Entschuldigung. Für diese derart schlechte Unterhaltung. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das hat mir gerade auch noch gefallen. Nächste. 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 Ne? Vielen herzlichen Dank. Das Rahmen hat mir sehr geholfen. Ich fühle mich auch noch viel missbraucht. Da. Was weiß ich hier. Ne? Dankeschön. Rand mich kostenlos heute. Könnt ihr gerne machen. Vielleicht gibt es eine, wenn die Folge draußen ist. Du Arschgeige. Hallo. Spinnt ihr oder was? Noch so ein Panel. Genau dasselbe wie vorhin. So. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Däumchen drehen oder was? 16 Bit Schrott hier oder was? Schild im Weg. Ei, ei, ei. Was soll ich denn hier raus? Das meine ich. Haltet die Gusch. Ich habe keinen überfahren. Aber wenn ich jetzt zurück bin, das verknallte ich erst recht. Eine schwierige Sache. Woran scheitert es? Ich muss aber erst mal so. Und dann irgendwie so. Clever sieben. Damit hast du es auch bewiesen, dass du auch den weggekrampt hast. Scheißegal. Scheißegal. Der Kollege kann warten, bis er stirbt. Was weiß ich. Äh. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn hier. Gehe ich halt Fahrerflug zu mir. Ja, ich kann nur dafür. Omsi ist einfach dann schuld. Ganz einfach. Ich fahre hier meine Runden. Und oben sieht es mich hier vom Feinsten mit dir an Scheiß-Kain. Ja. Was hast du? Du hast Vorfahrt beachten, ja? Und nach... Deinem Behindert-Faff-Wissen weiß ich ganz genau, dass ihr mir die Vorfahrt klaut. Behindert... Nein, 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 nein Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehen Sie unsere OMSI 2, die beste KI, die es als Simulation gibt. Und, taufen Sie sich um, Sie zwei, erleben Sie hautnah, als Busfahrer, wie Sie als Busfahrer unterwegs sind und ständig irgendwo rein gecrashed werden. Und, obwohl Sie nicht schuld sind, sind Sie nach dem Spiel immer der Schuldige. Klasse, ne? Ja. Ist was für die ganze Familie. Aber Achtung. Fahren Sie bitte nicht, wenn Sie betrunken sind. Könnte der Matiker Ausraster auslösen. Alter, Alter. Das hier sehen? Habt ihr das gerade gesehen, wie dein Taxi da rumgekrascht ist? Der hat ein Tempo drauf gehabt, Alter. Da kriegst du Angst, was die KI rumfährt. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt die Fahrt in mir gar nicht. Junge Dame, hier ist E-End, hat sich da den Spruch hättest du gesparen können. Blöde Kuh. So. Raus. Wir rechnen mal durch. Wie kommen wir da durch, weil uns dieser Penner gerammt hat? Eine sehr gute wissenschaftliche Frage, Steven. Aber es gibt eine Lösung. Wir mogeln uns doch nicht. Sehen Sie jetzt die spektakulärsten Busfahrer der Welt, wie er sich da durch den Stau kämpft. Es ist eine Wissenschaft für sich. Das ist uns klar, aber ohne irgendwo reinzukrachen, ist anstrengend. Okay. Let's go. Millimeterarbeit muss man ja auch machen. Denn jetzt haben wir schon unser erstes Ereignis, beziehungsweise unser erstes Hindernis. Ja. Ja, verschwindet. Ist klar. Jetzt verschwindet ihr oder was? Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich werde doch vorher mal spinnen können. Nur da, kurz kommen wir mal spinnen, nicht schreien. Wenn der jetzt auch noch verschwinden würde. Aber der ist mir doch auch wenig recht, oder? Ne. Na, komm rein. Bin zu gefällt. Bitte. Jetzt lagst du eh gleich wieder aus. So. Blöde Frage, wie kommen wir hinter euch nicht durch. Es war ein guter Versuch, aber dieser Versuch ist da gescheitert. Ich würde sagen, es läuft. Die schrampfe ich auch noch gleich. Wir haben es ja. Das ist ja noch drin. Ich weiß, hier sollte man langsam durchfahren, aber da dreht das Denkrad durch. Weil die Gleise einfach viel zu hoch sind. Soll es jetzt ein fucking Witz sein, oder was? Soll das jetzt ein scheiß Witz sein, oder was? Soll es jetzt ein scheiß Witz sein, oder was ist das? Das ist kaputt. Nein! Reparieren. Das geht ja noch. Hier ist eine Wand. Okay, wie regeln wir das? Seht man hier unten was? Nö, nur weiß. Oh Gott. Ja, Lenkrad. Ich konnte hier nicht leiden. Hilfe wird so laut, ich weiß. Fahr mir rein, ne? Fahr mir rein, du Pissnäcke. Ja, ist klar, du. Blö, 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 blö. Polizei, ja, ja. Riskieren wir auch noch. Warum ist denn da eine Wand? Schau, ich hab jetzt so viel Weißfaserlei. Das ist gar nicht. Sollen hier. Hallo. Raus. Halt die Güsche! Ihr habt gesehen, was da los war. Mein Gott, normal. Ihr seid ja schlimmer, als ich dachte. Ich hab irgendwas mal gelesen. Jetzt hab ich vergessen. Du kommst auch viel zu spät nachts. Mein Gott, ey. Was bist du denn, du erzählst, die Feuer in der Linie? Oh, komm. Ei, ei, ei. Liebe Arschgeige, ich stehe. Ja, du hättest bremsen können. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Was will mir die Idioten angehen? Nächste Haltestelle, M-Tag-Hüttchen, 7-0. Juhu. Boah, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, aber... Was bist du denn für ein blöder Penner, ey? Ich hab Vorfahrt. Kreisverkehr. Siehst du, schüttlich, Vorfahrtbachten? Hä? Du blödes Arschloch. So, jetzt der Blinker am Arsch. Penner. Hier, ich fahr jetzt, aufgrund eines Vollidioten, ist mir einer drin gefahren. Die Fahrt wird natürlich fortgesetzt. Wieso fahr ich hier jetzt hier nicht? Blödes Arschloch, ey. Ich hab hier Vorfahrt, ne? Ich hab Vorfahrt. Nicht du. Kreisverkehr. Och, fahr ich mal. Idioten auf der Straße hier. So, unfassbar. Nur Idioten. Was bist du denn für ein Arsch? Wie, 452? Du hast so eine Macke. Das hält mich, das hält mich, das hält mich. Kannst nicht machen. Kannst nicht machen, kannst nicht machen. 455, okay. Aber nicht die Linie. Die Linie nicht, oder? Der schnappt mir die ganzen Fahrläste weg. Hallo? Ich bin noch der Erste. Liebe Kinder. Eben gerade war dieselbe Linie auch da. Ihr hättet ja auch einsteigen können. Klein Hüge. Ja, das ist ja schon. Das ist ja schon. Ne, also die Karte hat es nicht verdient, so Let's Play zu werden mit einer riesen Mastverspätung. Oh nein. Ihr habt nichts gesehen, ja? Wir haben auch keine Zeugen im Bus. Ihr habt nichts gesehen, okay? Ich werde beklappt. Oh wei. Reparatur, übrigens. Weil, ähm... Jetzt mal da noch war. Was ist denn jetzt los? Wie Unfall. Was war'n das jetzt? So, bist du behindert? Ich hatte grün, oder nicht? Diese Ampel. Ja, bitte, hier ist ja auch eine Busspur. Scheiße. Ich hab' die Bussampel verballert. Ach, nöö. Das gibt's nicht. Ach nein, das müssen wir doch reparieren. Was? Die nötigen Reparaturen dauern etwa 192 Minuten. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ha, nein. Da sie sich nicht auf einem Betriebshof befinden, benötigt das Reparaturen einen Antwort seit von 10 Minuten. Die nötigen Reparaturen dauern etwa 192. Muss ich ja wohl. 204 Minuten Verspätung. Sag mal, habt ihr es nicht mal alle? Hallo. Hallo. Meine Güte. Nein. Nicht bei der allerersten Aufnahme. Zwei und vier Minuten war später. Du fahre. Ich werde bekloppt. Fahrt, fahrt. Ich komme eh nicht durch. Ich kann mir nicht einmal eine Reparature leisten. 13.15 Uhr. Fahr. Fahr, fahr einfach, fahr, du Idiot. Fahr, fahr, fahr. Fahrt, fahr, fahr. Wache denn. Los, ich passe nicht durch. Sag doch, die KI ist nicht intelligent, die ist dümmer. Was ist denn hier der Katzenbeier? Warte mal, ich ja. Keine Wunsch wahr sein. Was ist denn jetzt hier los? Ich finde es geil, ne? Ja, das ist jetzt hier, äh, ich war jetzt mal ein schönes Foto, ne? Das kommt auf Facebook, mache ich Foto durch Facebook, was steht da? Genta, Genta. So, haben wir noch ein schönes Foto, zack. Und das war's. Das war's. Das war's. Ich merke, ich habe mich auf lautlich gestellt. Eui, eui. Ja. Felix schreibt, der ist auch neulich beim Unkollegen. Fahr doch mal. Ich komme nicht durch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund von Verzögerungen über die Ipsapala fahren wir momentan eine Verspätung von ca. 206 Minuten Verspätung. Ich kann nichts machen. Jetzt machen wir hier mal. Dieser Scheiß-V-Webus. Jetzt werde er auch gleich, ne? Mensch, du Vollforsten, bleib doch mal stehen, Alter. Ich kann doch nicht hier. Scheibenkleister. Ich muss Julians Let's Play gucken, wie man das Ding entfernt mit der Reparatur und arbeiten. 100, über 190 Minuten. Hallo, Mozart. Ah, Quatsch. Morphy, was ist denn los? Ich muss Rabattu drei Stunden noch. Mein Gott. Nein, 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 nein. Ich war angemessen. Ich bin in der Hölle gelandet. Die Karte ist geil, die KI ist zu kotzen. Diese Milchkuhfahrzeuge hier, das ist echt, das ist Millimeterarbeit, was wir hier gerade leisten. Millimeterarbeit, liebe Leute. Millimeterarbeit, ne? Du, wie ein Hohenberg. Quatsch, ich bin auf die Linie doch schon mal hier fahren. Mensch, das Kinder. Ich bin am Schild angetockt, ne? Scheiße. Ich habe keinen Unfall gebaut, ich bin nur am Schild dran gekommen, ne? Das ist nischt. Da können sie nicht meckern. Das könnt ihr nicht machen. Es steht sogar noch. Es ist nischt passiert. Menj, menj. Der kracht rein, der kracht rein. Was ist das denn jetzt? Halt ihn doch mal an, lassen wir ihn raus. Der war gar nicht. Geil, ne? Nein. Nein. Was ist denn das hier von Anfang? Oh, scheiße. Ich sag, er hat drecks KI hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich habe nicht mal gestartet. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich verstehe es doch, oder? Oder? Oh, es sieht sehr schön aus. Das ist übrigens die längste Linie auf der Karte. Ich finde schade, dass der M19 City nicht dreckig wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der neuen Version Proben ist, dass er jetzt mal dreckig wird, aber, naja. So, hier geht's übrigens zum Betriebshof. Oh, ho, 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 ho. Danke. Ne? Eieiei, kriegen wir die Idioten nur weg. Ich will nix rammen. Es ist Weihnachten. Sagt er und rammt. So, jetzt müssen wir Track 17 machen, weil sonst kommen wir nicht weg. Neue Kachel. Ich will nur neue Kachel haben. Hallo? Er will keine neue Kachel laden. Dann ist mal zu durch. Holy sign. Es muss doch noch eine Kachel geben. So, die Kachel, wo wir herkamen. Da haben wir sie. Ist nicht einfach beim Wetter. Also, ich verspreche euch eins. Wir werden diese Linie nochmal fahren, ohne Schnee. Weil, dann könnt ihr es auch mal ohne Schnee bewuszen. Wundern. Sieg da an. Nein. Kotz-Tüten. Was wird denn jetzt? Halten Sie mal an, lass uns mal. Das wird aber gar nicht. Kotz-Tüten sind übrigens im hinteren Bereich. Ne? Geil. Das ist ein Arschkollege des Jahres, sag ich euch. So. Reparieren. Eine neue Kachel gehen. Alter. Das ist ein Scheiß-VW-Fahrer gewesen. Ein bisschen Freundlichkeit hätte noch sein müssen, oder? So. Ich habe Angst, wenn ich rausfahre, und da kommt so ein Idiot wie der. Die brettern alle. Die Karte ist wirklich geil gemacht, ja, aber... Wir beratern ja alle wie Idioten. Gebt doch mal Gas hier. Huh. Den habe ich bei deiner Mutter gemacht. Ach, verdammt. Es tut mir so leid. Ich versuche es hier bloß... So gut wie möglich. Absorbeite. Du Scheiß-Benz-Fahrer, ich bring dich um. Leute, habt ihr noch nie... Die kennen die STVO nicht. Die Straßenverkehrsordnung. Ernsthaft? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kollegen, er stehe gerade hier vor, eh, ober radikalische Polizei macht gerade hier, eh, Radarkontrolle. Bitte forrt vorsichtig, die steht da mit Warnbrinkanlage. Die haben sich sehr gut versteckt, also bitte beachtet drauf, ne? ja, die stehen da halt und machen gerade Radarkontrolle und, ähm, ja, Polizei halt, die finden halt die besten Verstecke dafür, damit sie, damit man es nicht sieht, ne, und deswegen stehen sie da, ne, weil, ich hab, ich hab sie ja nicht umgefahren oder so, ne, die stehen da einfach, weil hätte ich sie umgefahren, wäre ich jetzt im Knast und, ja, ne, Polizei halt, ne, ja, ist mir Sturzpb, ja, ja, was denn hier ist denn hier los, ja, 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 ist klar, ist klar, das ist die dumm ratzende KI, da kannst du nichts machen, stellt euch vor, ich würde jetzt mit Kollisionen fahren, dann wären wir ja nicht ganz hier angekommen, das ist doch bescheuert, ey, jetzt noch ein Fahrschein, das ist die dümmste überhaupt, ja, ja, klar, eine Tageskarte, ey, du bist doch bedeppert, ey, du bist wirklich bedeppert, da drüben ist, da drüben ist die alte Stelle, wo du aussteigen willst, Fräulein, ja, was willst du mit der Tageskarte, Schnecke, hä, scheiß, wie viel hast du mir jetzt gegeben, ach, pass auf, bist du eh gern zu Fuß, ja, 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 ist gut, hör auf zu zicken, kannst du froh sein, dass du überhaupt Geld kriegst, die Tageskarte von hier nach der drüben, oder was, ey, es kann doch wohl nicht so hart sein, was finden wir mit der Tageskarte, wie sie bis 0 Uhr hin und her, hin und her fahren damit, naja, alles klar, alles klar, ey, könnt ihr mal passend zahlen, Dankeschön, ist doch furchtbar mit euch, ja, drei Stunden später, um sie, na, machst du mal, ja, um sie hat bloß keine autodex textum leute es gibt mir gerade auf den senkel hier haben sie hat keine kacheln danach wirste kann ich sein kann ich euch ernst sein dieses scheiß spiel ja super und sie du bist den scheiß simulator ganz ehrlich fachei mir egal ich fahr jetzt drauf ist mir rolle Ja, das war's schon hier, ne? Geht mal weiter Ja, das ist Aachen Ich wünsche euch alles Gute Ich zieh jetzt mal die Jalousie runter Macht das Licht aus und die Musik an Und, ähm, ja Sage Bis irgendwann Tschüss Was denn? Ach, komm Leute Ey, ist doch ein Blinder mit einem Krugschott, dass da ein Bus steht, oder? Ach Mal wieder hat oben sie bewiesen, dass die KI Fallidioten sind Der Hinterblinker, Vorderblinker ist in Ordnung Blinker ist in Ordnung, ist der Bus kaputt? Nö, Bus heile Bus brav So ein hässlicher Transporter, ey Die können nicht, können die, nicht kennen die da Nicht mal Auto fahren können sie Ähm Der wird nicht, der wird nicht, der wird nicht, der wird nicht, der wird nicht Dein Glück Oh, was ist denn das hier? Sag mal, was war denn das hier? Aha Wenn der mich reinknallt Nein, nee, er knallt er nicht rein, das ist sehr gut Nein Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich kündige. Ich kündige. Ich kündige. Warum fährt dieses Idiottyp da? Ach, Scheiße. Ey, wie soll ich denn jetzt hier rumkommen, liebe Leute? Wie soll ich denn jetzt hier rum? Öh. Warum wartet ihr denn nicht? Ich weiß schon mal, wo ich niemals hinfahren werde, wenn ich mal Urlaub mache. Es ist eine Minute zu früh, toll. Du klebst mir mal einer, wie ich hier rumkomme. Ich wollte doch gleich an der Ansteige. Ich habe eine Hattkensin. Es ist ein Hattkensin. Ich habe eine Hattkensin. Ich habe eine Hattkensin. Ich würde doch einfach nur... So, ich konnte ja die Polizei rufen. So. Oh, Leute. Ach, Ölmschen mit ihren Sonderrechten. Ich möchte lieber vorher aussteigen. Oh. Ölmschen ist die einzige, die aussteigen wollte. Anscheinend sind ihre Knochen gebrochen. Ihre Beinschen. Bevor noch ein Idiot kommt. Boah, wer hat sich nur so eine Ecke ausgedacht? Ja. Das war Best of OMSI 2 der Katastrophensomalator. Wie gesagt, sehr viel Material dabei und sehr viele Unfälle. Das Schlimme ist ja, wie ich eben gesagt habe, es ist nicht alles davon in diesem Jahr gewesen. Es war noch mehr dabei, aber es wurde dann doch schon zu viel, was ich selber nicht geglaubt habe. Nun geht es weiter mit einem Best of vom Train Simulator 2016 2017. Dort hat sich allerdings nicht so viel angesammelt, weil anscheinend war ich doch ein bisschen zu brav beim Fahren gewesen. Was mich erst selber auch noch überrascht hat, ne? Ist aber wirklich so. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Auf jeden Fall gibt es auch noch ein paar Liederschienen dazu, ne? Werdet ihr jetzt sehen. Also viel Spaß beim Best of Train Simulator 2016 2017. Und noch ein kleiner Hinweis. Danach geht es nochmal weiter. Bis gleich. Also dran. Welche Kilometer? Wir sind 131. Ja. Das ist ein kleiner Hinweis. 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 Brems, 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 Bremsssssss Scheiße Ich hab weiß, dass wir ein Bitterfett halten Fuck Jetzt wisst ihr auch, wie eine Notbremsung geht Das würde ich hier nicht abfahren oder was Oh Ja Die Folge müssen jetzt hier einsteigen So Fertig Scheiße Das ist mir noch nie passiert Ich hab's total verfehlt Ey, wer der Wagen hinten Der letzte Wagen Nicht am Bahnsteig Die Aufgabe wäre gelaufen Zum Glück steigen ja nur Leute ein Und nicht aus Weiß wir sind, müssen wir jetzt hier schon mal aussteigen Leck mich am Bubbo Woanders wirst du bestraft Also dass hier noch eine Tür auf geht, wundert mich jetzt ehrlich Ja, das ist Bitterfeld Ein Ort Der für den Sinn, die leider eigentlich unbekannt ist Man sieht's Ey, scheiße Wir haben 51 Abfahrten Das geht ja nach Fahrplan Wir sind sogar noch zu früh gewesen Meine sehr geehrten Damen und Herren Ich bitte für die Notbremsung zu entschuldigen aufgrund eines technischen, aufgrund einer technischen Störung Die Abfahrt der Bitterfeld Die Bremse wieder lösen Ja, das ist ja Total Ich hab's hier nicht mal Bremse lösen Knopf Und wenn ich grad Ja 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 Bremsausfall Bremsausfall Wie löst man jetzt eine Bremse? Scheiße, was ist denn das? Bremsausfall Frankfurt am Main, Mannheim, Karlsruhe, Baden-Warten, Offenburg, Freiburg im Breistau, Basel und Zürich Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier vor des Zuges Limit Bremsaus Schere Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, Dummheit von mir. Brauchen wir nicht rausgucken. Oh, Scheiße. Das ist jetzt nicht. Das ist mir noch nie passiert. Fuck. Ich ärgere mich. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Oh, Ton vergessen anzumachen. Warum fährt die 101er los? Darf die doch gar nicht. Hä? Ey, komm. Ich habe die Aufgabe überprüft. Das ist eine Standortaufgabe, ja? Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Ich bin nur ein paar Minuten zu spät abgefahren. Furt? Ähm, ja. Ich bin nur ein paar Minuten. Ich bin nur ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 was hat das hier von sinn wo ist denn hier das signal hier wir haben ankündigung auf 80 gehabt sowie waren bei über 100 und haben eine zwangsbremsung bekommen weil das ist gar nicht möglich weil wir dürfen keine zwangsbremsen kriegen die ist nicht gut weil ich bestätigt hier wachsam und normalerweise müsste ich nur 1000 herz kriegen und keine zwangsbremsen weil ja gut das ist jetzt mein verschulden da gebe ich jetzt auch zu dass es war jetzt mein verschulden das hier magnet hat kein wiederholer meine güte jetzt gehen wir mit der formel noch ich dachte im trennsimulator zeigt immer an ist anscheinend auch nicht mehr so der fall ist wo halt kein bahnsteig ist da konnte es nicht ein und aussteigen das ging nicht fand ich sehr interessant bestätigen später das ist nichts mal gleich die aufgabe auf facebook mitteil hier machte keine andere sauer jetzt darf man wieder nur 40 ja klasse so jetzt doch mal wir waren die türen auf wie man den scheitern da weiß nach da so gucken auf drei weil die tür leute wo ist jetzt mal ein anderer zugteil denn heißt die verloren wie jeden das hat jemand eine erklärung was ich gemacht habe hat jemand eine erklärung ich habe doch wenn du hier nur wagen nicht gemacht aber mehr nicht so ich nicht abkuppeln was habt ihr ja ein schmerz aus dem foto wollte ich machen das ist jetzt wirklich ein foto wert ist das muss ich einfach machen tut mir leid liebe leute aber das ist vor allem guckt euch das mal an dass die liebe leute ich möchte wissen was habe ich getan so noch ein foto dafür habt ihr eine längere folge das ist auch so ich was so da bin ich wieder ja ähm ja wir sind jetzt komm bitte hallo wir stecken fest wir sind jetzt reagiert nichts mehr scheiße kann doch nicht sein jetzt noch hier in hosen ich stand eben schon fest ich steckte vorhin schon fest äh das ist schon die siebzigste minute die ich gerade aufnehme jetzt mal mein mikro ein bisschen höher oh leute nein soll ich euch mal was erraten die aufgabe ist schaffbar selbst roman hatte keine probleme aber ich idiot komm dir mal ein ding hoch scheiße das ist der grund warum ich niemals eine dampflok fahre im ts na komm toll es geht nur rückwärts es ist zu steil scheiße was mache ich denn jetzt was mache ich denn jetzt ok ich muss das ganze in ein ende setzen ich mache es ungern aber mal schauen ich muss mal hier einen anrufen ich hoffe es hat man nicht warte mal warte mal ich habe mich gerade falsch gut dann werde ich erst mal anrufen und ähm ja scheiße das bild das bild ja noch bin jetzt Ich gehe schon ran. Ja, Moin, hier, beziehungsweise Abend, hier ist die mir, ähm, du sag mal, ähm, ich bin gerade hier in der Dampflok, Helloween Sonnensucht, ähm, ich stecke fest. Ja, ähm, ähm, wilder Veränderung. Ja, ich komme mit der Dampflok, ich habe nur noch 9% Wasser, weil es ist hier ein Arsch. Ich komme nicht hoch, Roman hat es geschafft, warum auch immer, wie er es geschafft hat, ich weiß es nicht, ich komme hier nicht hoch. Ja, kannst du mich ja abholen? Bitte. Hast du schon ein Fahrzeug? Die Süd. Okay, kommst du ein bisschen vorbei? Müsste ich in der Nähe so hören. Zwei Minuten, gucke. Guck mal. Bis gleich, tschüss. So, wir haben es geregelt, Leute. In der Zwei-Minuten-Bopp-Korea. Der macht ein bisschen Ordnung, ja. Ja. Es ist peinlich, dass man hier nicht hochkommt. Alle anderen schaffen es außer ich. Weil, ich zeige es wenigstens ehrlich, es gibt natürlich ein paar YouTuber, die zeigen nur das, was perfekt ist und denken sich, ja, ich bin hier der Meister, aber schwarzen. Ich zeige mich auch moderne nicht und ihr seht, ich stecke fest. Ja, ähm, läuft bei mir. Totenkörper. Und, ja. Und, ja. Das hier gibt es doch. Vielleicht steht der auch noch hier. Hätte der mir doch auch helfen können, der hat doch nur diese Lok. Ach, egal. Freutel Moment, Kumpel. Da stehen wir also. Meine Sackgäten Damen und Herren, aufgrund eines Berges schaffen wir leider nicht den Berg hinauf und wir müssen uns abschleppen lassen. Ich bitte dich an Unangenehmlichkeiten zu entschuldigen. Unsere Maximalverspätung beträgt ungefähr fünf Minuten. Ich bitte dich zu entschuldigen. Tja, so ganz Kini. Er ist gleich da. Jetzt müssen wir noch abwarten. Dauert ein bisschen halt, ne? Oh, er ruft gerade an. Jo. Ah, ob ich kann auch da sitzen. Ach, bis da. Okay. Gut, dann setze ich es zurück und kuppel dann an. Du kannst Feierabend machen, ich glaube mir dann. Ja. Schickst du dir auch, wenn du dann zurückkuppel? Jo, danke. Mach's gut. Tschö. So. Das nennt man doch Freundschaft hier nachher. Ne? Kollege ist da. Hat jetzt Feierabend. Geht süßes und sauberes sagen. Ähm. Tja. Das ist ne scheiß Situation hier, ne? Steigen wir mal aus. Wo steht denn der? Oh, der ist hinten oder was? Doch ein bisschen weiter zu mir parken können, oder? Ja, toll. Abgehörig ist halt auch der Vogel. Ach, Mann. So. Bremse lösen. Rollen lassen. Ich hab keine andere Möglichkeit. Kann man auch ein bisschen drauf pumpen. Ja, hier steht der andere Kollege. Das ist Rummel. Und das ist ein Halloween, ey, Leute. Macht mich hier fertig. Seelisch fertig macht er mich hier. So. Kriegt hier Zuckung hin, oder was? Nicht, dass er mir noch ne kaputte gebracht hat. So, einmal knutschen, bitte. Der Weh, du, ein Gleis, dir. Soll ich den meinen Kollegen erklären, ja? Ja, hey, sorry. Dein Fahrzeug ist kaputt. Entgleist. Zack, mir doch den Kopf. So richtig vereint, ist er jetzt auch nicht. Kann er sein? Nee. Hallo? ich will ankuppeln so das jetzt geknallt so wir fahren mit der HSL Logistik Abschlepptransport hier es tut mir leid es geht nicht anders ich komme nicht hoch die Filme sind einfach nur entgeil gemacht bravo das wäre geschafft kuppeln sie jetzt alle Wagen hinter ihren Tender ab bitte was kann ich dann überhaupt naja ah er hat sich aufgetankt oh Leute Gott sei Dank das müssen wir abkuppeln was zur Hölle das ist wir die 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Einsam wacht nur das Traute hochheilige Bar. Hol der Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe. 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 Schlaf in ihm scholars. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir kommen jetzt gleich zum nächsten Teil, also kurze Unterbrechung, bis gleich Ja, das waren die Outtakes von den ganzen Tutorials Und ja, nun kommen wir auch schon zum Ende Und zwar zur Analyse meines Kanals Ja, denn Das habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich finde es eigentlich ganz interessant Und zwar haben wir in diesem Jahr Vom 01.01.2016 bis 29.12.2016 Okay, fast bis dahin, also ist jetzt auch nicht schlimm Eigentlich sehr viel erreicht Worauf ich echt baff bin, denn Wir haben insgesamt 3.781 positive Bewertungen 417 negative Bewertungen 1.669 Kommentare 1.669 geteilte Inhalte 1.554 Video in Playlists Also ihr habt eine Playlist gelegt Denn ich nicht Ich habe irgendwie Ja, ich bin zu faul dafür Und Wir haben insgesamt Was der Wahnsinn ist Innerhalb von einem Jahr Was Rekord ist auf diesem Kanal 1.164 neue Abonnenten Das heißt, wir haben 1.164 Abonnenten Dazu bekommen Wahnsinn Ich bin völlig baff Und Wir haben An Kanalaufrufen Insgesamt 246.891 Aufrufe Insgesamt in einem Jahr gemacht Wahnsinn Das ist Wirklich Wahnsinn Und ich bin auch ehrlich gesagt noch ein bisschen baff Denn ich habe mittlerweile schon 1.700 Abonnenten Und im August hat ich glaube Die Tausende erst geknackt Ihr seid der Wahnsinn Also ich bin immer wieder baff Wie der Kanal so wächst Das ist Wahnsinn Und die Kommentare Die ersten Jahre Keiner schreibt Kommentare Und jetzt Jedes Video hat fast nur noch Kommentare Das heißt eine Arbeit für mich Was auch toll ist Und ich bin baff Ja Dann kommen wir auch noch zu den Top Ländern Wer ist meine Videos guckt Und zwar 80% in Deutschland 4,1% aus Österreich 1,9% aus der Schweiz 1,4% aus Niederlande Und 1% aus Frankreich Davon an den Geschlechtern Das finde ich sehr interessant Ähm Männlich 89% Und weiblich 11% Wir haben 11% weibliche Zuschauer Also das ist wirklich Der Wahnsinn Danke Dann haben wir noch Wiedergabeordner YouTube Video Äh Wiedergabe Seite 98% In externe Website Und Apps Eingebetet 1,6% Und YouTube Kanalseite 0,2% Ja Auch nett ne Dann haben wir noch die Zugriffsquellen Äh Video Vorschläge 34% Funktion zur Auswahl von Inhalten 33% Was ist ne 83% Ne es ne 33% YouTube Suche 13% Sonstiges 20% Wird nicht in Ordnung ne Wahnsinn Also Das ist wirklich Wahnsinn Holla Die Waldfee Also Da habt ihr mich wirklich Buff gemacht Und Ähm Ihr seid einfach Ein geiles Eine geile Community Ihr seid die Besten Und Danke Vielen Herzlichen Dank Ihr Seid Wow Und Das Jahr ist jetzt Schon zu Ende Und Ähm Ja Wir hatten Das Jahr 2016 Gestern noch gehabt Und Ich bin wirklich Ehrlich zu sein Froh Dass dieses Jahr Vorbei ist Denn dieses Jahr 2016 War einer der schlimmsten Jahre Äh Für meinen Kanal nicht Einer der besten Jahre sogar Aber Mein Privatleben Einer der schlimmsten Jahre Und Ich bin froh Dass dieses Scheiß Jahr vorbei ist Ich hoffe Dass 2017 Ein tolles Jahr wird Das wünsche ich euch Allen auch Ich wünsche euch Allen Viel Glück Viel Gesundheit Viel Äh Ja hab ich schon gesagt Viel Glück Und viel Gesundheit Wünsche ich euch Und Euren Ganzen Familien Wünsche ich Viel Glück Und viel Gesundheit Denn Ja Das ist halt das Wichtigste In diesem Sinne Verabschiede ich mich von euch Wünsche euch noch eine Tolle weitere Nacht Oder ihr guckt am Tage Dann noch einen schönen Tag Noch Schönen Neujahr Und Ähm Ich mach erstmal Pause Wann es weiter geht Wird in dem Train Simulator Spezial Video angekündigt Ja Es gibt nämlich bald Eine Train Simulator Spezialfolge Dort Wird angekündigt Wann der Kanal Wieder weiterläuft Denn momentan Gehe ich in der Winterpause ein Ja In der Winterpause Von daher Gibt es erstmal keine Videos Außer Mach mal den Train Simulator Der müsste nächste Woche kommen Oder übernächste Woche Da Gebe ich halt bekannt Wann ich Zur Winterpause gehe Bis wie lange Dazu habe ich Für euch noch eine Überraschung Und zwar Hat ja am 30. Der MegaConvoi stattgefunden Für diejenigen Die jetzt bei Den anderen zugeschaut haben Bei den großen YouTubern Wie bei Iaja Haben wir gesehen Dass es eigentlich gut lief Die waren schnell da Und fertig Und Falls sich jemand fragt Hm Wie läuft das wohl hinten ab Da muss doch eine Katastrophe sein Der kann sich auf was gefasst machen Denn Ich war unterwegs Beim MegaConvoi Und Habe alles aufgezeichnet Und ich war Wirklich hinten und hinten War die Katastrophe los Ich kann es euch nur empfehlen Schaut es euch an Dieses Große Spezialvideo Kommt demnächst Ohne Kat Ohne Schnitt Und Unzensiert Da könnt ihr Fast machen In diesem Sinne Verabschiede ich mich von euch Und Ähm Ja Vielen Dank für eure Weitere Treue Und vielen Dank Für alles Euer Trainumsitv Macht's gut Und tschüss Und auch Tschüss An An den Andi Der uns leider Letztes Jahr Verlassen hat Macht's gut Das war's gut Und Und Das war's gut Und Das war's gut